Hallo, es ist kaum zu glauben, aber dieses ist tatsächlich das 50. Video aus der Reihe Denk mal drüber nach. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema soziale Medien und Datensparsamkeit. Soziale Medien erfreuen sich ständig wachsender Beliebtheit. Wenn man diese Plattform nutzt, sollte man sich jedoch im Klaren sein, dass alles, was wir über uns preisgeben, auch von den Plattformen genutzt wird. Alles, was wir preisgeben, aber auch alles, was wir auf den Plattformen unternehmen, wird genutzt. Sowohl, um uns Personen für neue Bekanntschaften vorzuschlagen, welche vergleichbare Interessen haben, als auch für personalisierte Werbung. Die Anwendung der Plattformen ist sehr vielseitig. Unternehmen nutzen durch Business-Seiten und Werbeanzeigen die sozialen Medien, um neue Kunden zu akquirieren. Genau wie politische Parteien und Vereine für neue Mitglieder. Einige Nutzer suchen Gleichgesinnte ihrer Hobbys und halten, selbst durch räumliche Trennung, den Kontakt zu Freunden, Familie und Bekannten aufrecht. Aufrufe und Stützung zu Veranstaltungen, Demonstrationen und Hilfegesuche sowie Unterschriftensammlungen gehören zum täglichen Betätigungsfeld vieler Nutzer. Genau wie der Drang, seine Meinung zu äußern oder sein Wissen kundzutun. All diese Anwendungsmöglichkeiten sind das tägliche Geschäft in sozialen Medien. Es gibt aber auch Personen, die zu leichtfertig mit ihren Daten umgehen. Will man sich gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich einen Namen machen, hat es durchaus Vorteile, umfassende Informationen über sich preiszugeben. Es gibt aber auch Daten, wenn man diese preisgibt, die einen selber in Gefahr bringen. Kommuniziert man öffentlich, dass man zu festen Zeiten niemals zu Hause ist oder in einem bestimmten Zeitraum wegen Urlaub, Geschäftsreise oder vergleichbarer Gründe das Haus leer steht, in Zusammenhang mit Angabe seiner werthaltigen Besitztümer, kann diese schon eine Einladung für Kriminelle bedeuten, sich in Abwesenheit bei euch zu bedienen. Wichtig ist hier, dass mit den eigenen Daten etwas sparsamer umgegangen wird, als es derzeit vielerseits der Fall ist. Es ist immer zu beachten, dass nicht nur das, was wir selber an Beiträgen einstellen, genutzt wird, sondern auch das, was wir durch Teilen, Liken und Kommentieren unterstützen. Bewerten wir durch einen Daumen hoch einen Beitrag, der gesetzlich fragwürdige oder unanständige Inhalte vertritt, so muss man schon mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Die politische Korrektheit hat bereits Einzug in die sozialen Medien gefunden. Richtig gesehen findet sogar eine indirekte Zensur statt, die auf Gesetze wie das NetzDG zurückzuführen sind. Das muss aber niemanden ängstigen. Ein bisschen auf sein Wortlaut achten verhindert weitläufig die ungewollten Sperrungen und zensierende Maßnahmen. Die deutsche Sprache bietet hier so viele Möglichkeiten des Ausdrucks, dass man, wenn man bevor man etwas abschickt, die eigene Aussage überprüft und bei unverändertem Informationsniveau auch ohne Schaden agieren kann. Zu viel wird momentan als Hassrede ausgelegt, wobei die Meinungsfreiheit oft unbeachtet bleibt. Trotz der zensierenden Einschränkungen kann man aber alles sagen. Ein Video zum Thema Rederecht findet ihr oben unter dem i. Dennoch, es tümmeln sich auf den Plattformen auch eine Vielzahl von Betrügern, Hackern und Kriminellen. Vor solchen Gestalten gilt es sich zu schützen. Gegen eine Werbeanzeige für ungewollte Angebote, zumeist aus den Bereichen Finanzen, Telekommunikation und Energie, kann man nicht viel machen, da die Urheber dafür an den Plattformen Geld bezahlen. In sozialen Medien sollte man solche Angebote niemals öffnen, ansehen oder irgendwie würdigen. Selbst ein wütendes Smiley oder Daumen runter pusht diese Anzeigen und erhöht eher deren Präsenz. Nicht selten wird versucht, diese Werbung auch durch Messenger-Systeme anzubringen. Als Faustformel gilt, niemals auf Angebote dieser Art eingehen. Seriöse Geschäftsleute würden niemals auf diese Weise versuchen, mit Kunden in Kontakt zu treten. Gebt niemals Daten an solche Personen heraus. Vor allem ist die Übermittlung von Passwörtern, PIN-Nummern, Kreditkartendaten und Adressdaten bei solchen Anforderungen ein absolutes Tabu. Nicht selten kommt es vor, dass Profile gehackt werden und in eurem Namen unseriöse Machenschaften versucht werden. Um dieses zu verhindern, endet regelmäßig euer Passwort und stellt euer Login auf zwei Wege Authentifikation um. Diese Vorgehensweise vorzugsweise mit einem externen Gerät. Einfach mit einem Sicherheitscode per E-Mail ist nur bedingt sicher, weil auch E-Mail-Postfächer nicht selten gehackt werden. Abschließend ein persönlicher Tipp von mir. Um zu verhindern, dass Hacker eure Daten abgreifen, meidet es, über Messenger-Systeme Bilder und Videos zu versenden. Wenn ihr über Messenger-Systeme Bilder oder Videos bekommt, niemals öffnen oder ansehen. Sagt jedem, mit dem ihr in Kontakt steht, dass der Messenger nur Text und nichts anderes versendet werden soll. Auch nicht von bekannten Absendern. An Bilder und Videos können Hacker ohne eure Kenntnis Huckepack, Viren und Trojaner anhängen, die Schaden verursachen oder eure Daten abgreifen. Öffnet nur Links, die euch zugesendet wurden, wenn ihr mit euren vertrauenswürdigen Kontakten vorher darüber geredet habt. Ihr wisst niemals, ob das Profil eures Kontakts gehackt wurde oder nicht. Auch Links können Viren und Trojaner verbreiten. Teilt in sozialen Medien nur die Beiträge, aber niemals aus einem Messenger heraus. Nur so schützt ihr euch und eure Kontakte. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg In die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.